Hallo, kennt ihr mich noch? Ich bin der Simon von Two Adventures. Es ist jetzt schon mittlerweile fünf Monate her, dass wir ein Video gemacht haben. Das ist schon überraschend, für mich gerade auch. Ich dachte mir so, so lange ist es doch nicht her, aber es ist so lange her. Ich habe, muss ich sagen, nicht viel gemacht, wegen meinem Studium und da ich mich jetzt auch beruflich in eine andere Richtung entwickle, Richtung Kamera und so weiter, ist ja schon teilweise Bescheid, dass ich ja Digital Film Production studiert habe. In den nächsten Tagen präsentiere ich meine Bachelorarbeit, habe ich auch geschrieben, das ist jetzt auch bald vorbei und dann bin ich beim Tatort demnächst, mache ich mit. Genau, ich wollte aber trotzdem mal hier in meinem Video machen, so ein Lebenszeichen von mir geben, was ich zumindest ein bisschen gemacht habe. Das Video hätte auch schon für längere Zeit kommen können, aber da hatte ich nicht so Lust, deswegen kommt es einfach jetzt. Aber trotzdem, ich finde es trotzdem immer noch interessant, immer noch spaßig, immer noch so ein bisschen rumzubasteln. Und ich habe auch eigentlich Lust, immer noch zum Beispiel auf die Horror-Map plus Zeit und vor allem, dass Kevin und ich gleichzeitig Zeit haben müssten, das kommt auch dazu. Aber ich glaube, wir werden uns doch bestimmt nochmal dransitzen, es wird halt nur nicht jetzt sein. Und wann, das ist, weiß ich auch nicht genau, aber irgendwann wird es auch kommen. So, trotzdem ist es nochmal zu bebatten, was da so geschehen ist. Ich habe einen kleinen Parcours aufgebaut, ich glaube, ich spiele ihn einfach mal, ich wollte ihn eigentlich zum Download freistellen, aber das lohnt sich in dem Fall auch nicht. Das Ding kann man in 5 Minuten, 4, 3, 4 Minuten durchspielen. Ist nur eine kleine Spielerei gemessen, um selber herauszufinden, was man eigentlich mit den Funktionen, die ich hier gebastelt habe, herstellen kann. Das sind so die wichtigsten Objekte, die ich so programmiert habe teilweise oder auch modelliert habe. Und ja, ich würde sagen, ich laufe den Parcours quasi einmal und erkläre so ein bisschen was dabei. Und am Ende schauen wir uns mal die Sachen an, die ich bisher hier nicht eingebaut habe. So, ich kann hier, ich habe die Portgun, die hat man einfach schon vornherein hier auf der Druckplatte. Und kann mit F die Zeit einstellen, wenn man dann geportet werden möchte. Ich mache das einfach mal hier mit dem Block hier, das ist mich, äh, mit am besten 3 Sekunden. Ich schieße auf den und dann ist, sieht man die Partikel, das heißt, ich werde in 3 Sekunden den Platz mit ihm tauschen. Das heißt, man kann sich seinen eigenen Portplatz selber erstellen. Ähm, Türen geht immer noch, Türen mit dem Zaun, das gleiche wie früher auch, mit meinem Design. Ähm, ja, ich möchte jetzt aber allerdings, ähm, erst mal dahin. Und dann schieße ich, das wollte ich nicht, stimmt, das war, das war doof. So, nochmal zurück. Ich mache es erstmal so, bringe ich den Block einfach mal hier hin, schieße mich darüber und bringe dann auch den Block hierher. So, dann steht er da schon mal ganz schön. Ähm, in dem Fall schieße ich einfach mal, ähm, hier gegen. Das sind diese Blöcke, die die Partikel umleiten, im letzten Video schon erwähnt. So, aber dagegen geschossen fliegt es da hinten hoch, da hinten wieder runter und hinten auf eine Fläche, wo auch ein Portblock ist, ein nicht beweglich natürlich. So, was ich jetzt noch mache, ich, ähm, schieße als erstes hier hin, 6 Sekunden, so, und schieße sofort hier hin. Tausche mit ihm den Platz. Und wir sehen ja immer noch, die Zeit läuft da oben und ich werde jetzt explodiert und dann habe ich mich, äh, hierhin gebracht und Zeit gespart. So, was ich jetzt noch mache, ich, ähm, nehme den Block da oder ich gehe am besten hier hin, so. So, und stehe mich da rauf, dann ist die schon mal betätigt, die Druckplatte, gehe hier rüber und hole den zweiten. Oder am besten mache ich es wie eben, 9 Sekunden, 0 und einmal Plätze tauschen. So, und dann werden wir gleich geportet und schon sind wir drüben. Super, alles klar. Dann haben wir nach oben. Oh, was haben wir denn da? Mehr an der Tür. Und sehr merkwürdige, äh, Blöcke. So, was ich sehe, wir haben hier zwei Druckplatten. Das ist natürlich schön, dass wir haben auch zwei solcher Blöcke. Nehme ich mal hier 3 Sekunden, stelle mich hier oben hin. So, und, zack, getauscht. Ich merke gerade, das war ein Fehler. Weil jetzt, ja, das war ein Fehler, weil jetzt komme ich nicht mehr da hoch. Ähm. Theoretisch hätte ich vorher dagegen schießen müssen, das überspringen wir jetzt einfach mal. So, jetzt haben wir jetzt einen Block hier, den möchte ich natürlich gerne da hinbringen. Äh, interessant ist das Ding hier. Ich, äh, schieße mal drauf und wechsle mit dem, den, äh, Platz. Ach, Mann. Tja, hören wir schon. Ach, Mann. Der Oma beschwert sich darüber. Irgendwas scheint da also nicht zu funktionieren. Das liegt einfach gerade daran, dass diese Blöcke nicht auf diesen Blöcken stehen können. Das sind die Baddie Blocks, so habe ich sie genannt, die bösen Blöcke quasi. Und das ist, äh, ja, ein Portblock. Ja, ähm, ich kann auch theoretisch, wenn ich mich hier hinstelle und damit Plätze tauschen, dann sehen wir noch, wie der Block kurz runterfliegt und da rauf fällt und dann wiederum mit mir tauscht. Deswegen muss man das quasi überspringen und sich direkt da hinstellen und dann diesen Block da rauf stellen. So, der steht jetzt also, ist ganz schick so. Gleiches machen wir nochmal mit dem Block, den brauchen wir auch nochmal hier. Aber allerdings, wie ich vorhin schon vergessen habe, erstmal da rauf schießen, damit nur Sekunden da hin. Zack. Plätze getauscht. Warten wir kurz, bis wir geportet werden. Und dann sind wir auch schon mit dem Block oben. So. Selbes Spiel wie eben. Gehen wir auf die Seite. Ne. Okay. Machen wir es einfach so. Und dann nutzen wir noch die andere Blockwarte. So. Jetzt sehen wir schon, hat sich die Wand da geändert. Mensch. So, wenn man nämlich darauf schießt, dann werden die transparent für eine kurze Weile und man kann einfach durchlaufen. So. Ähm, das ist ein Checkpoint. Das ist, äh, schwarz und da wird man einfach weggeportet, wenn man darauf geht. Genau wie Wasser. Und, äh, wenn ich jetzt hier ritsch noch, äh, die Böcke haben wollen würde, kann ich einfach durchschießen. Und schon gehe ich hier runter und, ähm, bin hier und ich kann nicht mehr zurück, weil jetzt hier Ende ist. Genau. Wie ich meinte, ist nur so ein kleiner Testraum oder eine Testschrecke. So. Was haben wir denn noch? So Sachen, die ich nicht eingebaut habe. TB. So. Wir haben noch die Lampen, die können jetzt bestimmt was. Genau, die Receiver. Und, äh, Receiver offen, Receiver on. Äh, Christmas, den brauchen wir nicht. Und wir brauchen den Transmitter. Und wir brauchen noch die Dinge, obwohl, naja, die kennt ihr ja quasi schon. Und, ähm, noch diesen Block hier. Der ist auch neu. Und noch den Speedblock. Jetzt gehen wir ganz kurz mal nach vorne. Ich hoffe, ich habe da noch meine Command-Blocke, wo, genau, die der Receiver ist. Wir haben hier also diesen Receiver. Der sieht im Block halt so aus. Allerdings als Ammo-Stand haben wir das nur so. Und dann können wir den halt irgendwo hinstellen und den mit dem, ähm, Transmitter aktivieren. Das heißt, immer der nächstgelegene, ähm, Receiver wird aktiviert. Ich kann auch also den hier hinstellen. Das heißt, der wird wahrscheinlich jetzt so bleiben. Genau, weil der getriggert wurde. Das heißt, ähm, der bleibt jetzt in diesem Zustand, bis wir, wenn ich den wieder weg tue, ähm, zerstört wird. Das heißt, ich kann den zerstören. Und jetzt wird der auch wieder aktiviert. Und so kann man halt auch, weil es ein Redstone-Block ist, damit Redstone-Triggern und, ähm, woanders Sachen, wenn man das machen möchte, ähm, anstellen. Dann haben wir noch den Speedblock. Wie wir im letzten Video schon erwähnt. Zwei Blöcke hoch und nicht so weit wie früher. Und noch den Bridgeblock. Der wird, warte mal eine Sekunde. Nee, äh, TB. Wir brauchen, glaube ich, wo haben wir es? Da. Bridgeblock auf. Genau. Dies, 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 dies. Das sind Strings. Bis, das heißt, man kann durchlaufen, bis man drauf schießt. Und dann kann man, ähm, drüber laufen. Das heißt, man kann sich irgendwie so, so, eine schöne Brücke irgendwo bauen, wo man dann am Ende rüber laufen muss. Mal ganz kurz. Das heißt, ich möchte drüber, will aber nicht diesen Quarzblock, äh, Weg nehmen. Und deswegen schieße ich mir den Weg einfach frei, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Das wäre es dazu. Hier ist nochmal diese schöne Tülle und die funktioniert, weil es einfach nur ein Block ist. Ähm, ja, das wäre es soweit, äh, von mir. Einfach mal ein kleines Update von dem, was ich gerade mache und das in der nächsten Zeit auch nicht so viel kommen wird, weil ich halt den nächsten Monat bei einem Tatort-Dreh dabei bin. Und, äh, ja, ähm, wollt trotzdem mal wieder ein Video machen, Infovideo und so weiter. Wenn ihr irgendwas zu schreiben habt, Bock habt, ein Like geben wollt, macht das ruhig. Daumen nach oben, abonnieren, was auch immer. Genau. Bis dahin. Und, äh, ciao. Bis dahin. Untertitelung. BR 2018